Hi ihr Lieben, hier ist Luisa von Hautklar. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich das Studio für ein paar Tage schließen muss. Ich hatte einen kleinen Unfall mit dem Fahrrad und habe mir dabei die Hand verletzt. Aber macht euch keine Sorgen um mich, für solche Fälle bin ich versicherungsmäßig bestens versorgt. Ich melde mich wieder, wenn wir öffnen. Bis dann, Tschüss!